Willkommen in meinem Hellos Kanal. Heute kam ich zu Ihnen mit einem sehr leckeren Frühstück Rezept. Ich werde mein Rezept sofort vorbereiten, indem Sie bitten, mein Video bis zum Ende zu sehen. I verwendet 6 Punkte Paprika in meinem Rezept. Mehr als den Betrag, den Sie wollen. Sie können so viel wie Sie sind reduzieren. Dann bekomme ich die Wurzelteile der Paprika und fange an, in einer geeigneten Decke zu hacken. Die Paprika werden genug sein, um in dieser Größe zu sein, wenn sie später gebraten werden. Aber Sie können immer noch die Form des Hexens, wie Sie möchten. In der Zwischenzeit, wenn Sie noch nicht abonniert auf meinen Kanal und Sie können mir Unterstützung geben, indem Sie meine Videos bis zum Ende folgen. Vergessen wir, den Rington für schöne Rezepte voneinander zu verlassen. I verwendet süßen Pfeffer in meinem Rezept. Sie können auch bitteren Pfeffer verwenden, wenn Sie schwanger sind. Wie Sie sehen, habe ich alle meine Paprika gefüllt. I fügen dem Körper etwa 3 Esslöffel flüssiges Öl hinzu. Nach der Menge des Pfeffers, die Sie verwenden, können Sie mehr als die Menge an Fett erhalten. I kaufte dann sofort den Octop und ich drehte meine üppigen Paprika zurück. Ich empfehle Ihnen dieses Rezept zu probieren. A sehr schmackhaftes Rezept aus der Realität. Als ich zuerst sah, wurde ich voreingenommen nähert. Aber ich mochte wirklich, als ich sagte. Dieses Rezept 3 Ich wollte die Erfahrung und dieses Rezept teilen. Sie sind geliquet. Wie Sie sehen können, meine Paprika wie Granatapfel. Mutlaka Paprika sind sehr gut zu kochen bis frittiert. Wenn Sie ein Wissen über dieses Rezept haben, bin ich sehr froh, wenn Sie mit mir in der Kommentarsektion teilen. Ich bin sehr glücklich, wenn Sie es verlassen können. Blumen, Insekten oder Emois in der Kommentarbereich von Freunden kommen hierher. Ich bin nicht mehr wütend genug von meinen Paprika. Und ich bin nur etwa 2 Esslöffel. Ich kam genug von 2 Esslöffeln für 6 Paprika. Wenn Sie die Menge des Pfeffers mehr erhöhen, können Sie mehr als 1 Esslöffel hinzufügen. Ich röste dann mit Paprika bis zum Geruch der Dieses Rezept dauert etwa 10 Minuten zu machen. Sie können dieses Rezept jede Stunde versuchen. Die Sie zum Frühstück in hungrig sind. Wirklich ein sehr leckeres Rezept. Ich habe Salz und Pfeffer sofort nach dem Braten genug des Gepflanzt-Uno. Ich füge lieber Paprika hinzu, weil meine Paprika nicht leiden. Sie können auch wissen, Paprika hinzuzufügen, wenn Sie in dem Fall sind. Dann füge ich sofort nach dem Braten mit Salz und Pfeffer eine Tasse Milch hinzu. Wie Sie sehen können, habe ich genug Braten und füge sofort meine Milch hinzu. Eine Tasse Milch für 6 Stück Pfeffer kam genug. Vergessen wir nicht, die Menge an Milch und Mehl zu erhöhen. Wenn Sie die Menge erhöhen, wie ich vor ein bisschen sagte, dann kochen wir, bis die Konsistenz der Milch durch ständiges Rühren verdickt wird. Es begann langsame Konsistenz zu nehmen, wie Sie sehen. Das ist ein großartiger Ort. Wenn Sie Änderungen in dieser Insel vornehmen möchten, können Sie Lorkäse oder Backkäse hinzufügen. Beide werden sehr emittieren. Nach und nach begann zu verdunkeln und begann zu sein Augen-Augen. Ich empfehle Ihnen, dieses Rezept heiß zu konsumieren. Ansonsten dauert es ein wenig, wenn es nach dem Herunterladen aus dem Ofen zu kühlen beginnt. Ich wollte Ihnen diese Informationen geben. Diese Konsistenz wird für uns ausreichen. Soweit Sie sehen, hat es genug Konsistenz. Ich am Download aus dem Herd und ich werde meine Serviceplatte erhalten. Sie sehen die Küste. Da ich Poolpfeffer füge, wurde die Farbe rot. Wenn Sie schwanger sind, können Sie Paprika hinzufügen und erhalten eine weiße Farbe der Bäm. Ich röste bis Jeteri und ich sofort meine Servietplatte. Sie sehen die. Es begann, dunkle Konsistenz zu erhalten, auch bis es in die Serviceplatte gesetzt. Ich habe meine Platte geäbenet und ich werde Butter und Pfeffer schmelzen, um sofort herum zu laufen. Ich begradigte mich zu Jeteri und lasse uns das tun. Ich werde Butter bis zu 1 Esslöffel verwenden. Sie können die Menge davon entfernen oder reduzieren. Ich habe 1 Teelöffel Pfeffer nach Terajagy geschmolzen gepflanzt. Sie können dieses Rezept auch konsumieren, ohne es darauf zu nehmen. Aber es ist viel leckerer mit Soße. Lassen Sie uns den Pfeffer, dem milchigen Pfeffer hinzufügen, den wir unmittelbar nach dem Braten vorbereitet haben. Wir ergänzen den Geschmack. Wirklich lecker. Ich möchte es sofort mit meiner Gabel nach dem Reisen auf der Terajagy nehmen. Es war eine unglaublich leckere, Konsistenz, wunderbares Rezept. Es wird so kalt wie Sie sehen. Es war köstlich. Ich versuche, das Video mit den Tricks zu erzählen. Sie mochten. Heute kam ich zum Ende meines Rezepts. Es gibt keine Chance zu versuchen, fragend mit Ihrer Sprache zu diskutieren in meinem nächsten Video.